Miriam Meckel, wir haben ADA vor uns liegen. ADA kommt jetzt als Magazin heraus. Was soll ADA ausmachen? ADA ist eine neue Marke und steht für eine ganze Plattform-Idee. Wir wollen sozusagen das, was wir mit Journalismus ja in unserer Kernkompetenz können, das wollen wir erweitern. Wir wollen den Journalismus sozusagen nutzen, um so etwas zu versuchen, wie ein Wirtschaftswunder 4.0 auf den Weg zu bringen über digitale Weiterbildung. Als ich das erste Mal gehört habe, dass Sie etwas zu digitalen Themen drucken, habe ich gedacht, das hat doch bei Wired schon in Deutschland nicht funktioniert. Warum soll das jetzt bei ADA funktionieren? Wir haben ja auch ein bisschen anders angefangen. Wir haben mit dem Live-Erlebnis, mit der Erfahrung, mit dem interaktiven Austausch angefangen, mit einer Veranstaltung Morals and Machines in Berlin. Mit der Bundeskanzlerin im Gespräch mit Sophia, dem humanoiden Roboter über künstliche Intelligenz. Und sind dann parallel gestartet mit unseren digitalen Produkten, also mit dem Brief aus der Zukunft, der jede Woche am Sonntag in die E-Mail-Inbox kommt und mit der ersten Staffel unseres Podcasts. Und jetzt kommt das Magazin, das sozusagen das Endtüpfelchen einer ganzen Reihe von journalistischen Angeboten ist. Und wir haben darüber natürlich auch viel diskutiert. Braucht man ein Magazin über Digitales eigentlich gedruckt? Und wir glauben, ja, braucht man. Warum? Weil in einem Moment, wo es kompliziert wird, und viele dieser technologischen Entwicklungen sind ja kompliziert, muss man nicht nur irgendwie lesen und verarbeiten, man muss auch begreifen im Wortsinne. Und wenn Sie das nehmen und Sie können das anfassen, Sie können es wieder hinlegen, Sie können immer wieder reingucken und sich inspirieren lassen, ist das noch eine zusätzliche Dimension des Verstehens. Und wir glauben, dass das erstmal jedenfalls die richtige Idee ist. Was wird mir die Premiere von Ada beibringen? Sie wird eine Menge erzählen über künstliche Intelligenz. Und ich sage bewusst erzählen, weil wir eben auch versuchen wollen, die Themen so umzusetzen, dass man Lust hat, sich mit ihnen zu beschäftigen. Dass das Lernen nicht eine mühsame Quälerei in dunklen Räumen mit schlechtem Kaffee ist, sondern dass man wirklich eine Inspiration erfährt. Und ein Thema künstliche Intelligenz. Wir gucken uns an, warum hat Europa doch noch eine Chance gegen die USA und gegen China. Wir gucken uns auch an, was kann eigentlich in diesem ganzen Prozess weg? Womit sollten wir uns nicht mehr beschäftigen, um den Raum im Kopf freizuhalten für die neuen Dinge? Das sind so ein paar Themen, die wir da aufgreifen. Und dann soll das Ganze ja auch noch Geld verdienen. Und wie das funktionieren soll, das kann uns Frank Dobheide noch sagen. Und Frank Dobheide ist sogar extra in Miriam Meckels Büro gekommen. Wie verdient man im Jahr 2018 mit einem Magazin Geld? Indem man es nicht als Magazin betrachtet, sondern was ist der große Gedanke dahinter? Und der ist nämlich wirklich groß. Der bedeutet heute das Morgenverstehen. Damit wir überhaupt morgen noch klarkommen in der beruflichen Arbeit, müssen wir uns mit den Themen von morgen beschäftigen und sie auf uns anwenden. Und damit gehen wir aus dem Kiosk raus in den Markt der beruflichen Weiterbildung. Der ist viel größer, 34 Milliarden Euro groß. Der ist von keiner journalistischen Marke besetzt. Der ist total atomisiert. Und da sehen wir mit der Exzellenz der journalistischen Wortkunst, mit der Aktualität der Themen, mit den Zugängen zu den besonderen Menschen, können wir da einen wichtigen Beitrag leisten. Für die Wirtschaft, bei der nämlich die technologische Sprünge, die eigenen Mitarbeiter abgehängt haben. Und in diesen Markt gehen wir rein und schließen Deutschland wieder an, an die Zukunft. Und Frau Meckel, erfüllen Sie mir jetzt bitte noch einen wichtigen Bildungsauftrag und erklären Sie mir nochmal, was ist eigentlich Ada? Was steckt hinter dem Namen dahinter? Oh, das ist sozusagen unsere Love Brand, die wir deshalb so gewählt haben, weil sie menschlich ist. Denn es gibt einen Menschen, der dahinter steckt. Das ist Ada Loveless. Das war die Tochter von Lord Byron, die Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich die erste Programmiererin der Weltgeschichte gewesen ist. Eine mutige Frau, eine risikofreudige Frau, eine, die auch verkannt worden ist, wie ganz viele Menschen die Innovationen mit sich gebracht haben und entdeckt haben, erst später sozusagen dafür gefeiert worden sind. Und wir feiern jetzt jeden Tag den Menschen in seinem Entdeckungs- und seinem Unternehmergeist in der Marke Ada. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.